Freunde, seid gegrüßt und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wirklich mal um ein etwas ernstes Thema. Ihr seht es immer wieder in meinen Videos, nämlich das Thema Messi-Syndrom. Der liebe Marvin kennt ihr sicherlich alle oder viele von euch. Wenn nicht, dann bei nicht abonniert. Daumen nach oben auf Ehre. Der hat sich dem ganzen Thema mal gewidmet. Ich habe mir das Video extra aufgehoben, um es mit euch zusammen anzugucken. Ich hatte ja mal ein Video zu dem Messi-Thema gemacht und mich beschäftigt das Ganze wirklich immer wieder. Wie manche alten Leute in Einsamkeit sterben und so. Dann habe ich das Video hier von dem Marvin gesehen und habe gedacht, das wäre eigentlich mal das Richtige. Es gibt nicht nur Halligalli im Leben oder Grusel, deswegen gibt es heute mal ein ernstes Thema. Hallo, da bin ich wieder. Was weißt du eigentlich über das Messi-Syndrom? Die meisten von euch denken wahrscheinlich sofort an ungepflegte Menschen, die im Müll leben und über die man sich im Trash-TV lustig machen kann. Was die wenigsten wissen, das Messi-Syndrom ist tatsächlich eine anerkannte Krankheit und die hinterlässt in der Regel nicht nur unvorstellbares Chaos, sondern auch Geschichten. Vielen lieben Dank für Sir Heiko für die 100 Bits. Ihr guckt euch das mal an. Das könnte doch ein Science in Lost Place sein. Klar, ihr kennt mich. Ich bin in Sachen Ekel und in Sachen Geruch und so echt eine Mimose. Aber ich sehe hier an der ganzen Sache halt auch zur Hälfte den Ekel und die andere Hälfte ist hier das Schicksal von einem Menschen, der wahrscheinlich ein schweres Schicksal hatte. ... von Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit. Und heute werfen wir ein Tiefenblick in eine Krankheit, an der mehr Menschen leiden, als man denkt. Und auch bei diesem ernsten Thema bin ich froh, dass ich Partner an meiner Seite habe, die diese Recherche überhaupt erst möglich machen und dieses Mal ist das NordVPN. Einer der größten Gefahren im Internet sind tatsächlich Datenlecks, bei denen deine Passwörter in die falschen Hände geraten können. Also und NordVPN, meine Freunde, wenn ihr das braucht, ist gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall mal bei Marvin reinschauen. Einfach Code Marvin verwenden. Wenn ihr Bock habt auf NordVPN, Code Marvin auf R mal reinhauen. Ich überspringe das Ganze aber jetzt erst mal hier. Schätzungen leiden circa 1,8 bis 3 Millionen Menschen alleine in Deutschland unter dieser Krankheit. Wahrscheinlich sind es sogar weitaus mehr. Da Messi oft abgeschottet von der Außenwelt leben, bemerkt häufig niemand die Zustände in der Wohnung und genauso war es auch bei Helga. Erst als es zu spät war, bemerkten ihre Angehörigen das Ausmaß ihrer Krankheit, denn sie starb allein inmitten von Müll. Gemeinsam mit Michael vom Messi-Hilfe-Team durfte ich einen Blick in ihre Wohnung werfen. Bei den ganz vollen Wohnungen ist es so, dass die maximal aufgefüllt werden, um maximale Fülle zu erzeugen, weil je enger sie wird, desto mehr Schutz gibt sie sozusagen. Alter, je enger die Wohnung wird, desto mehr Schutz gibt die. Also das ist so ein Aspekt, den hast du als jetzt nicht gesunder Mensch, da die Krankheit nicht hat, hast du es gar nicht so auf dem Schirm irgendwie. Also jeder kennt es sicherlich, vor allem ich auch, wenn du Stress hast, ein paar Wochen, drei, vier Wochen die Bude nicht sauber gemacht hast, um Gottes Willen, da sieht es hier aus wie Bombe eingeschlagen. Ich habe hier Vorzeige-Junggesellen-Bude. Aber das ist wirklich krass. Vor allem guckt man auch hier, das ist ja nicht einfach bloßes Müll. Hier stehen ja sämtliche Sachen rum. Das sieht ja alles aus wie wirklich volle Pakete und so weiter. Das ist ja kein Müll. Oder auch hier, dass gleich neben der Wohnungstür der Haufen schon anfängt, der Haufen hat auch eine Schutzfunktion. Also komm nicht rein. Sorgt ja wahrscheinlich auch bei der betroffenen Person dafür, dass man auch Schwierigkeiten hat, die Tür nicht nur haptisch aufzumachen, sondern auch vom Kopf her sie zu öffnen, Menschen reinzulassen. Korrekt, absolut. Also ich kann mir gut vorstellen, dass hier schon länger kein Besuch mehr war. Eine Verwandte hat mir berichtet, dass es mindestens zehn Jahre her ist, dass sie in der Wohnung war zum Besuch. Die Wohnung wird ja wahrscheinlich leer gemacht. Hier hat nichts mehr in der Verwendung. Das heißt, ich kann hier auch drauf treten. Okay, gut. Das wollte ich noch mal wissen. Wenn du jetzt drauf trittst, als Info, da hat die Dame geschlafen und zwar im Sitzen. Schlaf und dann zum Schluss eben auch Sterbeplatz. Alter, das habe ich hier jetzt gerade richtig gehört. Die Frau hat hier im Sitzen geschlafen. Freunde, das zeigt mir noch mal jetzt gerade, was der so erzählt, zeigt mir noch mal eine ganz neue Perspektive irgendwie von der Krankheit auf, dass die Leute so einen Schutz gebracht haben. Es gibt ja auch viele Leute, die so eine Sozialphobie haben, die gar nicht irgendwie einkaufen gehen können oder so. Aber meistens die an dem Messie-Syndrom erkrankten Menschen, die haben ja meistens ein ganz normales Leben. Nach außen hin alles, alles gut, als wäre nichts. Und dann zu Hause sieht es so aus. Aber du siehst denen das auch nicht an. Also so ist zumindest mein, mein Kenntnisstand. Und wenn es solche Ausmaße wie hier angenommen hat, da kannst du auch mal nicht eben einen besten Freund oder sowas fragen, der dir hilft. Das ist, aber es gibt, glaube ich, auch so Firmen, die das machen, so Räumungsservice und sowas. Aber das ist ja scheiße peinlich. Ja, okay, hier ist auf jeden Fall schon mal Müll dabei. Ist erschreckend, aber auch interessant halt. Ich versuche mich da ein bisschen reinzuversetzen, wie die Leute vielleicht denken. Also ich kann die Gefühle gar nicht beschreiben, die ich gerade habe. Es ist einfach erschlagend. Das sind alles gebrauchte Joghurtbecher, aber die sind so sauber, als wäre da nie was drin gewesen. Also es ist gar nicht so, dass ich persönlich gerade so ein Anführungszeichen, ohne despektiert zu sein, ein Ekelgefühl habe. Sondern hier ist es wirklich einfach Erstaunen über die Menge. Alles halt in mehrfacher Ausführung. Mindesthaltbarkeit, ah, 2021 Mindesthaltbarkeitsdatum. Da drüben in der Schachtel sehe ich 2014. Also zehn Jahre existiert diese geschlossene Packung hier schon. Einmal Gefrierbeutel, zweimal Gefrierbeutel, vier, fünf. Jetzt beim Beispiel der Gefrierbeutel ist es so, dass deshalb so viel gekauft wurde, weil die Dame irgendwann in ihrem Leben unter Mangel gelitten hat. Also zu wenig gehabt hat. Von diesem zu wenig, von jenem zu wenig, von jedem jenem. Und deswegen können diese Menschen gar nicht ein Stück kaufen. Sie kaufen immer mehrere, damit der Mangel nicht wieder eintritt. Wie oft spielt Einsamkeit ein Thema bei solchen? Großes Thema. Geschichten, ja. Großes Thema. Wenn die Menschen irgendwann sogar fast verlernen zu sprechen. Es sei denn, sie sind berufstätig. Aber wenn sie dann älter sind, in Rente sind, verlernen sie irgendwann sogar das Sprechen. Harter Tobak. Also... Also... Das wäre erstmal mega, mega geil, dass der Marvin hier wirklich so ein Video macht oder gemacht hat, als Aufklärungsvideo. Um manchen Leuten wirklich mal die Augen zu öffnen und so. Also, das ist das Schwede. Die voll lernen zu sprechen, weil die so wenig Sozialkontakt haben. Ich finde es wirklich sehr, sehr traurig, wenn man sich vorstellt, dass eine Person aufgrund dieser Krankheit hier so leben musste. Und ja, im Endeffekt einsam hier gestorben ist. Das wünscht man sich für niemanden. Wenn ich mir vorstellen müsste, dass so irgendwie meine Oma gelebt hätte und sterben müsste. Die Frau, die in dieser Wohnung gelebt hat, war ein sogenannter trockener Messie, auch Sammlertypus genannt. Die Wohnungen sind zwar bis oben hin voll, aber es ist natürlich nicht das klassische Bild einer Messie-Wohnung, das wir vor Augen haben. Denn das betrifft den zweiten Typ, den sogenannten feuchten Messie, auch Vermüller genannt. Die leben tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes in ihrem eigenen Müll. Und genau so eine Wohnung schauen wir uns später auch noch an. Das geht ja noch wirklich einige Quadratmeter weiter. Also hier ist nochmal ein großer Raum. Das ist ganz, ganz wahnsinnig. Wenn man das von hier oben beurteilt, dann erkennt man wirklich labyrinthartige Gänge. Ich habe so langsam den Eindruck, als ob die Massen, die sich hier drin befinden, die Gegenstände, dass die so eine Art Ersatz geworden sind für Möbel. Auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Röhrenfernseher. Bilder von wahrscheinlich Enkeln waren hier fein säuberlich weggeheftet. Man darf halt nicht vergessen, dass hier ein Mensch gelebt hat. Ein Mensch wie wir alle. Und dass das ja halt die Lebensrealität von jemandem war. Und wenn man dann hier halt die drei Fotos von den Enkeln sieht, die die Person vielleicht zehn Jahre nicht mehr gesehen hat. In mir sorgt das dann wirklich einfach dafür, dass ich nicht so schnell über die Menschen urteile, die halt unter dieser Krankheit leiden. Also wir kennen alle das Trash-TV, da wird sowas gerne mal gezeigt, auseinandergenommen. Und dann sitzt man irgendwie auf der Couch mittags und lacht sich darüber kaputt, wie Menschen so leben können. Wenn man hier mal wirklich drin steht und das Schicksal wirklich am eigenen Leibe spürt und dann halt die Bilder von Enkeln sieht, die die Person wahrscheinlich selber zehn Jahre lang nicht mehr gesehen hat, dann setzt man sich damit nochmal anders auseinander und urteilt nicht mehr so schnell über die betroffenen Personen. Nein, dahinter kommt noch ein Raum. Dahinter ist noch ein kompletter Raum, der noch komplett voll ist bis oben hin. Es ist ja so, dass wenn jetzt beispielsweise hier diese Dame ein Hilfeangebot bekommen hätte, entweder aus der Familie oder von Messie-Hilfe-Team oder was auch immer, sie hätte diese Hilfe nicht angenommen, weil sie wollte so leben. Und wie ich es von einem Fall weiß, in der Nacht auf dem Fußabstreifer vor der Wohnungstür, also im Hausgang, hat der Herr geschlafen. Von einem weiß ich, dass er vor seiner Kellertür, vor seinem Kellerabteil geschlafen hat, weil er nicht mehr in die Wohnung kam. Und genau dieses Phänomen wollte ich gerne verstehen. Deswegen habe ich mich mit Peter getroffen. Er leidet seit mehreren Jahren am Messie-Syndrom und hatte den Mut, uns seine Wohnung zu zeigen. Da steht leider auch noch was dahinter, deswegen geht es hier nicht weiter. Hey Leute, muss ich mal reinkrätschen. Also erstmal, Hut ab, sich dem Thema überhaupt zu widmen. Und Hut ab jetzt vor dem Typ hier, der unter dem Messie-Syndrom leidet und vor dem Fernsehen, sage ich jetzt schon fast, da seine Wohnung zeigt. Für Aufklärungsarbeit. Richtig, richtig geil. Auf. Aber stört dich das gar nicht, dass du hier quasi nichts zu durchfetschen musst? Ja, es stört mich schon inzwischen langsam. Warum tust du denn nichts dagegen? Das ist eine gute Frage. Ich kann sie dir ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich es ausblende. Ich weiß, dass ich da in mein Bett zum Beispiel dann da hinten klettern muss, über Flaschenberge momentan, was mich auch langsam nervt inzwischen tatsächlich. Wenn ich selber anfange, weiß ich genau, es ist so viel, dass es... Alter Schwede. Ja, Two Unbroken Girls schreibt, Verlustängste spielen da bestimmt auch mit rein. Denke ich auch. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Thema berührt mich auch so ein bisschen, weil 2019 ist mein Hund gestorben. Den hatte ich elf Jahre und der war wirklich so ein bisschen das, was mir am nächsten stand. Ich habe wirklich immer alleine gelebt. Ich habe nie mit einer Frau zusammen gelebt. Ich bin zu Hause damals bei meinen Eltern ausgezogen und habe mir ein paar Monate später den Hund geholt. Und als der gestorben ist, muss ich wirklich sagen, erstens hatte ich wirklich ein paar Wochen zu tun, überhaupt wieder klar zu kommen und habe wirklich die Wohnung vertrecken lassen in der Zeit. Und alles, was mit dem zu tun hatte, sogar sein Hundebett neben meinem Bett, hat ewig so gestanden, wie der es verlassen hat. Und jetzt aus dem Aspekt, weil mich die Sachen an den erinnert haben. Jetzt mal was Kleines, Privates, aber ist mir egal. Das wollte ich da auf jeden Fall mal zum Besten geben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Aspekt bei den Leuten da auch eine Rolle spielt. Weil vorhin gerade die Vermutung kam, hier das Verlustängste da mal reinspielen auf jeden. Das ist krass. Krass zu sehen auf jeden Fall. Wenn es unmöglich ist, dann räumst du eine Stunde und dann findest du irgendwas, was sich gerade mehr interessiert. Und das macht natürlich auch nicht unbedingt Spaß aufzuräumen. Ja, und dann räumst du eine Stunde und es ist eigentlich nichts passiert. Und dann denkst du dir, es ist sowieso aussichtslos. Wie viele Menschen wissen denn eigentlich von deinem Problem? Also es wissen eigentlich relativ viele tatsächlich, weil es gab schon mal einen Beitrag über mich. Da war der Zustand der Wohnungen allerdings nicht ganz verschleppt. Hier, die Nachbarn wissen es teilweise. Und dann kommst du auch hier in ein Bad, was man auch benutzen kann. Es ist zwar voll, aber es ist ein Waschbecken vorhanden. Und es ist ein Duschraum vorhanden. Eine Waschmaschine, da ist die saubere Wäsche immer schön aufgelegt. Schmutzige landet auf dem Boden und wird dann einmal wöchentlich durchgewaschen. An der Stelle dürft ihr euch bitte nicht wundern. Peter ist ein sehr reflektierter Mensch und kann mittlerweile sehr offen und ehrlich über seine Krankheit sprechen. Und alleine, dass er sich dieser Situation stellt, ist schon mal ein erster und wichtiger großer Schritt. Die Wohnsituation ist ja ein Ausdruck eigentlich der psychischen Erkrankung oder wie gut oder wie schlecht ich mich fühle. Vermüller haben generell überhaupt ein ganz, ganz geringes Selbstwertgefühl. Und ich erinnere mich, dass ich über Jahre, über Jahre immer wieder den Satz gehört habe, so oder so ähnlich. Nimm einen Sack, steck mich rein und schmeiß mich mit weg. Und ich habe den Satz zwar verstanden, aber ich habe ihn nicht an mich herangelassen, diesen Satz. Und irgendwann mal habe ich den Satz an mich herangelassen und habe erkannt, wie schrecklich das ist. Weil das heißt ja, der Vermüller sieht sich selber als menschlichen Müll. Und dann ist es total folgerichtig, wenn er, er oder sie, im Müll lebt. Da kann es dir dann passieren, dass du... Ähm, wisst ihr, was mich da jetzt ein bisschen interessiert, wenn jetzt solche Leute sich helfen lassen. Es kommt eine Räumungsfirma, die räumt das alles auf und so weiter und so fort. Wie lange bleibt denn dann die Wohnung normal? In seinem Fall jetzt hier, er sagt ja, er fängt ja eine Stunde an oder so und sieht dann, es ist nichts weiter passiert und lässt es dann. Aber was wäre denn, wenn die Wohnung komplett geräumt wird und normal möbliert wird und so und die ist dann normal? Kriegt der das hin? Oder verfällt der dann wieder in das Raster? Du einfach durchrutscht, wenn die Flaschen sich setzen und hier wäre dann quasi der Bereich, wo ich mich hinlegen kann. Also da, wo du gerade stehst... Alter, das ist sein Schlafplatz, Freunde. Alter Schwede. Das kann mir doch niemand erzählen. Erst Therapie, dann Sitzung, sonst bringt das nichts. Da liegt hier auf Flaschen, hier ist irgendwas drunter, aber da liegt auf Flaschen. Dort schläfst du? Genau. Status quo momentan. Das ist der Fernseher. Es ist natürlich sehr erschlagend, wenn man von außen kommt und das jetzt so sieht. Wann war das letzte Mal jemand zu Besuch hier? 2020, das Amt. Also vor vier Jahren. Die große Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, du gehst so offen damit um, du sprichst darüber, du benennst die Probleme, die Ursache hast du zwar noch nicht gefunden, woran hapert es denn, dass du es nicht in den Griff bekommst? Ich meine, die Leute erleben dich jetzt wirklich als einfach einen netten Typen, wenn man dich auf der Straße sieht. Das Problem ist, es ist irgendwann bis zu einem Punkt gewachsen, wo du halt keine Chance mehr hast oder glaubst, keine Chance zu haben. Ich blende das so aus, ich weiß natürlich in dem Moment, wo ich drüber klettern muss und rein muss, dass es so ist, aber danach ist es für mich abgeschaltet. Und dann bin ich in meinem Handy und dann ist alles außenrum mir scheißegal. Ich hoffe, dass ich es jetzt endlich schaffe. Ich drücke dir dafür die Daumen und auch, dass das mit der Hilfe klappt, weil das, was ich aus allen Gesprächen so gelernt habe, ohne geht es nicht. Man braucht halt eine Hand, die einem gereicht wird und dass man es da halt raus schafft. Und ich kann es dir nur wünschen. Erstmal an der Stelle vielen Dank, dass ich hier vorbeischauen durfte. Das ist nicht selbstverständlich, dass du nicht so ins wirklich Intimste einer Person rein bist. Es ist mir nicht ganz leicht gefallen, mich so zu präsentieren, aber es ist halt, wie es ist. Und ich hoffe, dass ich dir bald eine andere Wohnung präsentieren kann. Auf der einen Seite haben wir gelernt, dass es ohne langfristige Hilfe nicht geht. Nur die erstmal zu finden, das ist gar nicht so leicht, denn in Deutschland gibt es gar nicht so viele Hilfsangebote für Messi-Syndrom-Erkrankte. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch mal Gedanken über die Menschen machen, denen diese Wohnungen gehören. Vermieter und Eigentümer, denn die haben eine Wohnung, die jetzt im Endeffekt verwahrlost und im Nachhinein vielleicht gar nicht mehr zu vermieten ist. Ist erstmal Hilfe gefunden, dann kommen Menschen, die einem helfen, die Wohnung zu räumen. So zum Beispiel Deutschlands bekanntester Tatortreiniger Thomas Kunt und genau den durfte ich mal einen Tag begleiten. Bis wann hat hier jemand gelebt? Ungefähr vor einem Monat. Was hat der Mensch denn hier gemacht? Gelebt, gewohnt, Kontrolle über sich verloren, über sein Leben. Es sind manchmal so äußere Umstände, es könnte eine Krankheit sein, Verlust von einem Menschen, eine Trennung. Also alles das kann passieren und dass dann so eine Situation sozusagen vorzufinden ist. Man muss auch einmal ganz klar an der Stelle sagen, wir möchten hier niemanden vorführen. Also wir sind jetzt nicht hier, um zu schauen, was für coole Sachen könnte man jetzt hier vielleicht noch finden, sondern wir wollen ja wirklich verstehen, wie entsteht so ein Problem. Weil natürlich kann man jetzt sagen, das hier ist nicht normal. In der Lebensrealität, jener, die das veranstalten, ist das normal. Was wir aber allerdings immer sagen können, ist, dass das hier definitiv nicht gesund ist, sowohl für die Seele als auch für den Körper. Denn hier zwischen Schimmel und Spinnweben zu leben, das wird langfristig wirklich gesundheitliche Schäden hervorrufen. Also das hier war mal die Küche. Man muss hier wirklich ganz klar von wahr sprechen, weil alleine an den Kühlschrankwänden sieht man ja, wie viele Fliegen sich da angenistet haben. Das ist gruselig. Die ganzen Tiere, die ganzen Maden, Käfer fliegen, die sind sogar durch das Einmal... Kimi, übel. Und jetzt stellt euch mal vor, Freunde, ihr habt aus einem Zwang heraus so einen Kühlschrank zu Hause. ...macht Glas da oben irgendwie durch den Deckel durchgekommen und haben sich da drin angesiedelt. Es lebt alles dort drin, es ist alles Kohlrahm schwarz. Und genau an dieser Stelle sieht man nochmal, was den sogenannten feuchten Messie ausmacht. Und die Situation wäre tatsächlich auch nie aufgeflogen, hätte man nicht gesetzlich vor ein paar Jahren überall Rauchmelder einbauen müssen. Und deswegen hat der Vermieter dort geklingelt, es wurde nie die Tür geöffnet. Und nachdem man mehrere Briefe geschickt hat, angerufen hat und versucht hat, irgendwie Rauchmelder einzubauen, blieb nichts anderes übrig, als aus Sicherheitsgründen zu kündigen. Der Mann ist einfach ausgezogen und hat die Wohnung so hinterlassen. Also selbst das Badezimmer, wo man sich ja normalerweise sauber macht, duschen geht, ein Waschbecken hat, eine Toilette hat, selbst das ist wirklich nicht mehr als Badezimmer zu erkennen. Ah ok, hier hat scheinbar auch noch bis vor kurzem noch ein Tier mitgelebt. Genau, wir haben eine Katze gefangen und wir waren nicht 100% sicher, ob es noch eine zweite gibt. Und deswegen stand bis jetzt immer noch die Falle. Die Katze ist ins Tierheim gekommen, wurde versorgt und alles. Also ist es immer schlimm, wenn jemand in so einer Situation hier lebt. Aber wenn du dann noch andere mit reinziehst, ob es Tiere sind, aber es können ja auch Kinder sein oder der Partner, das ist dann immer sehr, sehr schrecklich. Du hast ja jetzt schon wirklich jahrelange Berufserfahrung. Kannst du ungefähr einschätzen, wie lange dauert es, wenn man hier einzieht, bis das so aussieht? Und das geht manchmal über ein halbes Jahr ganz schnell. Hier denke ich, ist es ein Prozess von zwei bis drei Jahren. Und das schafft ja auch keiner mehr selber aufzuräumen. Der könnte ja jetzt alle zwei, drei Tage nochmal Müll runterbringen. Du bist dann so in dich gefangen, in dir gefangen, dass du das nicht mehr hinkriegst. Playstation steht da vorne, hier ein Handy, da ein iPhone-Karton. Und es klingt jetzt wirklich sehr banal, aber wir haben hier locker 30, 40 Flaschen Axteo gefunden. Das sagt mir ja schon, der Mensch, der hier gelebt hat, der muss ja jetzt nicht unbedingt armeln. gewesen sein. Der ist auch berufstätig. Wir haben sehr häufig Leute, die berufstätig sind und als feuchte Messis leben. Dann ist es ja so, dass du ja draußen bist und du merkst ja schon, wie wir jetzt hier den Geruch damit zu kämpfen haben. Und der hat das ja auch, also sprült er sich ein. So, und alternativ, wenn du zum Beispiel einen trockenen Messi hast, ich habe welche, die arbeiten im gehubenen Dienst, die sind trockenen Messis, Jäger und Sammler. Wir haben letztes, Anfang des Jahres bei jemandem geräumt, das waren insgesamt acht Tonnen Papier. Also, da gab es statische Probleme im Haus. Bei dieser Wohnung steht fest, die muss komplett kernsaniert werden. Und deswegen habe ich mal bei der zuständigen Hausverwaltung nachgefragt, was das jetzt eigentlich konkret für sie bedeutet. Ah, jetzt beleuchtet er noch die andere Seite der Medaille. Ah, das ist schon krass. Bis vor einem Monat hat jemand in der Wohnung gelebt. Also im Moment gehe ich davon aus, wo wir wirklich davon reden, reden wir alleine von den Instandsetzungskosten, denke ich mal so von 15.000 bis 20.000 Euro. Im ersten Schritt tragen wir natürlich als Wohnungsunternehmen die Kosten. Und dann werden wir natürlich versuchen, die Möglichkeiten, die sich uns bieten, und das Beste ist, der Mieter spielt mit, er schließt eine Ratenzahlungsvereinbarung mit uns ab. Im Ernstfall bleibt dann nur noch die Durchsetzung und im Moment fällt mir da zum Beispiel nur die Lohnpfändung ein, da es ja ein Mieter ist, der arbeiten geht. Das Ganze ist natürlich eine ziemlich verzwickte Situation. Umso schöner ist es zu sehen, wenn jemand es aus dem Teufelskreis rausschafft. Und genau heute habe ich Handyvideos von Peters Wohnung bekommen. Er hat sich Hilfe gesucht, er hat sogar selber mit angepackt und es sieht schon deutlich besser aus. Da könnte man langsam wieder in die Küche machen. Und du konntest ja auch dann auf dein Bett wieder schlafen. Das war ja auch ganz toll für dich. Das war eine Erleichterung. Abschließend möchte ich nochmal sagen, das Messi-Syndrom ist eine Krankheit. Und es ist nicht schlimm, sich Hilfe zu suchen. Ganz im Gegenteil, es ist sogar super wichtig. In der Infobox findet ihr den Link zum Messi-Hilfe-Team von Michael. Die haben übrigens auch einen YouTube-Kanal und dort berichten sie regelmäßig über ihre Arbeit und klären über das Messi-Syndrom auf. Vielen Dank auch an Tatortreiniger Thomas Kunt. Der Link zu seinem Instagram natürlich auch in der Infobox. Abonniert gerne meinen Kanal für weitere Videos. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao. Boah, Freunde. Das war ganz schön harter Tobak, oder? Heftig. Guckt auf jeden Fall beim lieben Marvin vorbei. Wie gesagt, Daumen nach oben habe ich schon gegeben. Abonniert habe ich auch schon. Schreibt mir mal gern in die Kommentare, wie ihr es fandet, dass wir auch mal sowas behandelt haben. Weil ja immer wieder das Thema aufkommt, bei dem Hobby Lost Place oder so, kommst du an Messi-Wohnungen nicht drumherum. Und ich habe das ja von Anfang an versucht, ein bisschen anders zu beleuchten. Halt auch mal zu sagen, ey Leute, das sind meistens einsame Leute, vielleicht kranke Leute, die dann im Alter oder so gar nicht mehr dazu kommen, alles allein sauber zu machen. Und ich habe da eine bestimmte Einstellung, nicht nur den Ekel zu sehen, sondern vielleicht auch den Mensch dahinter. Meine Lieben, gebt mir gern einen Daumen nach oben, schreibt mir gern was in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.